Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Aber die effizienter sind schlecht. Aber es wird nicht passen. Jetzt habe ich zwar nicht mitgezählt, wie viel Bahn wir angelegt haben, aber ich glaube, wir dürfen dann auch nochmal nachtanken. Es dürfte entweder die vierte oder die fünfte Bahn jetzt sein. Werden mitgezählt. Das wird nicht für die nächste Bahn reichen. Also, man kann also festhalten. Eins, zwei, drei, vier. Doch, es sind fünf Bahnen und es bleiben ein sechs Prozent übrig, bis das Ding leer ist. Also fünf Bahnen, bevor ihr nachtanken müsst. Ich schaue mal trotzdem mal gerade, wie weit wir kommen. Soll. Fünf, ein Viertel. Fünf, ein Viertel sind wir, haben wir bekommen. Das muss ja reichen. Das muss ja reichen. Wie die rote Beete. Achso, jetzt wollte ich noch gucken, was nämlich der Acker sagt. Erwartet der Ertrag. 125 Prozent. Hast du gute Arbeit gemacht, Ferguson. Gut, dann können wir den mal wieder zum Händler mitbringen. Also, für die rote Beete wird es auch nicht lang dauern, bis wir sie ernten können. So. Also, für 10 Reihen anzulegen mit einer Arbeitsbreite von 6 Metern, müsste ich glaube ich zweimal, dreimal nachtanken. Man sagt gut, aber mit 6 Metern ist man auf jeden Fall gut bedient, als mit 3 Metern. Klar, andere Karte, andere kleine Baustelle. Aber so ist es ja nicht schlecht. So. Wir werden dann das erstmal die das Gerät zurückbringen. Dann werden wir zu einem Schwein erstmal das Futter mit reinnehmen. Die Kühe das Stroh noch hingeben. Und dann werden wir dann auch schon mal, oder wir werden dann auch vorspulen, dass wir Weizen ernten können. Das Weizen lasse ich dann aber am Praktikant machen. Weil das Stroh müssen wir direkt einsammeln. Das kommt dann nämlich hier in die Heuchtrocknung mit rein. Produktionsstätten, wie heißt sie? Ne, Herbart. ähm, bapapapam. Ähm, bapapapam. Genau. Farmsystemtrocknung. Das, das ergibt das. Ach so. Oh, ich hab mir das jetzt so angewöhnt, in meine Ehrenrunde um den Platz da zu fahren, ey. Wahnsinn. Ich will doch eigentlich nur zum Händler, ey. So, genau. Aber wie gefällt euch das DLC? Habt ihr schon die neue Karte ausprobiert? Oder habt ihr schon gesehen, was meint ihr dazu? Ist das was für euch, oder? Könnt ihr damit was voranfangen? So. Habt ihr mal ab? Ah, okay. Die Randbeleuchtung mal ausmachen. Brauchen wir jetzt noch was dafür? Also, das ist mal Düngungkraut. Lass uns noch mal nachlesen. So. Okay, sonst nix. Die neue Futtersorten rein sichern. Ah, okay. Für Schweine. Oh, circa die Pferde könnten. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Auch hier. Ich möchte Tiere so versorgen und eine Speiselwansch. Hm. Was sollen wir denn uns für einen Speiseplan? Tente ich überlegen. Hm. Oh, äh. Es fällt mal kein Name ein, aber okay. Bin ich mal gespannt, was wir da mit Mais Plus machen können. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Weil nicht nur mit den Produktionsstätten. Also da wird mal... Da wird's einiges geben. So. Jetzt können wir um... Jetzt fänden wir uns aber erstmal um die... ...Schweine drum kümmern. Jo. Volldurchschnitt. Geest. Jawohl. Jawohl. So. So, da war er angekoppelt Hab ich richtig gesehen Nein, war er nicht So Du musst zur rechten Seite Müssen wir einmal rumfahren Da sind die 10% Also das ist ja so Von position farming so eingestellt Dass ich 10% Ernteverlust habe Ich bin mal gespannt Wie das da bei den roten Beeten ist Aber ich denke mal so 1.000 1.000 wird es schon passieren 1.000 Euro Schaden So, ihr Kühe Wie viel Stroh braucht denn ihr? Oh, ihr braucht viel Ihr braucht viel Strohdusche Strohdusche gut dann werden sie schon mal voll na so so dann kommen die Schweine dran nein, das wird dann gehen Schweine und Stroh sind voll eingezankt gucken, ob das da funktioniert wie ich mir das vorstelle so in your soul. Wunderbar, hat auch funktioniert. Jetzt machen wir das noch anders da. Wunderbar, hat auch funktioniert. 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 Das hat er schon mal besser gehabt. Mit dem LS19. Wunderbar, hat auch funktioniert. 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 und zwar machen wir nur den ersten schnett das frontgewicht könnten wir eigentlich direkt nochmal da lassen das braucht mir quasi gar nicht